Medizin und Pflege leben von Erfahrung, Engagement, dem Wunsch anderen zu helfen. Wir, die Sana Kliniken AG, wachsen jeden Tag über uns hinaus. Aber das geht nicht ohne die Menschen, die das scheinbar Unmögliche möglich machen. Wir suchen Menschen, die sich einbringen und weiterentwickeln wollen. Wir sind der drittgrößte private Klinikbetreiber in Deutschland. Bei uns arbeiten über 30.000 Menschen. In mehr als 50 Krankenhäusern in allen Teilen Deutschlands, in Städten sowie im ländlichen Raum. Die meisten davon in Medizin und Pflege, aber auch in der Verwaltung. Gemeinsam kümmern wir uns um die Gesundheit von mehr als 2,2 Millionen Menschen. Für uns ist es mehr als ein Slogan. Wir leben Krankenhaus. Und das seit mehr als 40 Jahren. Wir sind nah am Menschen. Und das macht uns stolz. Ein Krankenhaus ist eine Welt, die niemals still steht. Rund um die Uhr leistet jeder Einzelne seinen Beitrag. Das ist wichtig. Daher bieten wir unterschiedliche Arbeitszeitmodelle an. Wir setzen dabei auf Aufstiegschancen durch vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vernetzungen auf Fachebene. Und die Möglichkeit, an verschiedenen Orten bei Sana zu arbeiten. Wir bieten Sicherheit. Als verlässlicher, erfolgreicher und stetig wachsender Arbeitgeber. In einer Branche, die auch in Zukunft alle Chancen hat. Wir richten uns nach den Bedürfnissen der einzelnen Professionen und stimmen unsere Angebote darauf ab. Wir scheren nicht über einen Kamm. Sana nennt das zielgruppenspezifische Personalentwicklungskonzepte. Wir wollen damit den einzelnen Berufsgruppen bestmöglichst gerecht werden. Wir wissen, dass erfahrene, professionelle und langjährige Mitarbeiter ein Plus für die Gesundheitsversorgung sind. Wer die Besten will, muss ihnen etwas bieten. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020